Präzision ist für uns das Allerwichtigste. Ein Haar auf der Oberfläche würde man nachher als Abdruck auf der Oberfläche des Bauteils wiedererkennen. Smart Press Shop ist ein Presswerk. Wir produzieren Karosserie-Einzelteile. Mittlerweile entwickeln wir uns mehr zum Systemlieferant, der also auch den ganzen Zusammenbau mit abliefert. Wir haben überall Sichtkontrollen. Ob die Oberfläche in Ordnung ist, ob die Geometrie stimmt. Und Mitarbeiter, die dort stehen, müssen jeden Fehler erkennen. Wenn ich aber nachweisen kann, dass wir einen Prüfalgorithmus nachgeschaltet haben, der das Ganze überwacht, das ist für den Mitarbeiter ein ganz anderes Arbeiten, als wenn er die volle Verantwortung trägt. Ein riesen Mehrwert für unsere Kunden und natürlich auch für uns. Im Pilotprojekt ging es darum, einen Kleberaupenauftrag zu überprüfen. Dieses KI-Modell schaut mittels einer Kamera auf das Bauteil und überprüft dann, sind alle Kleberaupen vorhanden und befinden sich an der richtigen Position. Meine Aufgabe als End-User war, dem System Feedback zu geben. War die Entscheidung korrekt oder nicht? Und die ersten Ergebnisse lagen bereits nach vier Stunden vor. Nach ca. 48 Stunden war das Modell so kräftsicher, dass wir gesagt haben, wir verlassen uns blind darauf. Wir haben hier im Werk verschiedenste Einsatzmöglichkeiten für diese KI-Modelle, die uns durch dieses Pilotprojekt jetzt auch deutlicher geworden sind. Somit würden wir gerne dieses KI-Modell weiter vorantreiben und viel, viel größer hier im Werk etablieren und skalieren. Innovationen müssen heute an einem Tag umsetzbar sein. Wenn ich diese Lösung auf einen anderen Anwendungsfall anwenden möchte, muss ich in meiner SAP Digital Manufacturing-Lösung nur ein paar Stammdaten anlegen und sobald die Kamera installiert ist, kann ich sofort loslegen. Die Qualitätsdaten, die wir da aufnehmen, werden im ERP-System, in SAP bei uns mitverwaltet. Da war das für uns eigentlich ganz klar, dass wir in dieser Konstellation SAP, Syntax und Cognac ideale Partner haben. Zum einen haben wir hier die SAP mit Digital Manufacturing. Zum anderen Cognac mit seiner komplett automatisierten und agnostischen Lösung und die Firma Syntax als Systemintegrator. Und genau so stelle ich mir Partnerschaft auch vor, dass der Kunde gar nicht merkt, dass es hier drei Parteien waren, die diese Lösung implementiert haben, sondern dass es eine einzige Lösung ist, die aus einem Guss ist.